Und er ist es, der die Sterne für euch geschaffen hat, auf dass ihr durch sie den Weg in den Finsternissen zu Land und Meer finden möget. Und so haben wir bis ins Einzelne die Zeichen für die Menschen, die Wissen haben, dargelegt. Sechste Sura, das Vieh, die Aya 97